Hallo zusammen, es ist Messe am See. Am Samstag und Sonntag Nachmittag bieten wir für die Kinder ein besonders attraktives Angebot. Nämlich 1001 Freizeit schaut vorbei und bietet Malwettbewerb, Kinder, Glücksrad, wo man attraktive Preise gewinnen kann. Und auch der Benismaskottchen kommt vorbei. Und dass besonders viele Kinder kommen, besuche ich jetzt Kindergärten der Region und dann presse ich es mit farbigen Ballon. Los geht's! Musik Die Ballonen haben wir verteilt. Die Aktion ist riesig gut bei den Kindern. Für die Kinder, die noch keinen Ballon bekommen haben, können Sie am Samstag und Sonntag gerne an der Mess am See einen abholen.